Hallo zusammen. In durchaus ernsten Zeiten muss man auch mal durchaus ernste Fragen stellen. Was macht eigentlich der CDU-Nachwuchspolitiker Philipp Amthor, von dem wir wissen, dass er sehr kompetent und manchmal auch sehr witzig sein kann, was macht der eigentlich heute? Wir wissen gar nicht, ist er eigentlich immer noch im Bundestag. Wir haben lange nichts von ihm gehört. Vielleicht könnt ihr uns mal eine kleine Nachricht in den Kommentaren zukommen lassen. Auch von Boris Becker haben wir lange nichts gehört. Ist er nun pleite oder ist er nicht pleite? Wie dem auch sei, er hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat seinen ehemaligen Schützlik Novak Djorkovic in Schutz genommen, der sich nicht impfen lassen will und nun in Australien festgesetzt ist. Er hat gesagt, also Boris Becker hat gesagt, nur wenn man sich nicht impfen lässt, ist man ja nicht automatisch ein schlechter Mensch oder man ist ja dann auch kein Idiot. Nicht ohne vorher zu erwähnen, er sei kein Impfgegner. Ja, das in Deutschland übliche, ja, ich hätte da eine Anmerkung zu machen mit dem Hinzusatz, aber ich bin ja kein, also ihr wisst schon, was ich meine, ich bin ja kein Rechtsradikaler oder ja, Querdenker oder wie auch immer. Jeder, der Kritik an irgendeinem Punkt äußert, muss vorher erst mal sagen, ja, aber ich bin ja kein. Also dieses ja, aber ich bin ja kein, ist nun eine Nuance reicher geworden. Man muss heutzutage, immer wenn man etwas Kritik übt, zu sagen, ich bin ja kein Impfgegner oder Pandemieleugner. Aber ich hätte da vielleicht ein kleines, ja, Problemchen anzumerken oder eine kleine eigene Meinung mal zu äußern. Christian Lindner dagegen kann schon mal seine Meinung äußern ohne ein Aber. Er hat jetzt beschlossen, dass er Corona-Hilfsgelder schnell mal umschichten will und sie für Klimaschutzmaßnahmen verwenden will. Ja, wenn das im Bundestag oder im Bundeshaushalt so einfach ist, dann ist es meiner Meinung nach verfehlt, dass wir da Politiker überhaupt einsetzen müssen. Das können auch, ja, irgendwelche Finanzbeamten regeln. Ja, Notkredite für andere Investitionen zu verwenden, ja, was machen dann die Leute, die eigentlich auf diese Notkredite angewiesen sind? Tja, Herr Lindner, diese Frage sollten Sie uns vielleicht auch beantworten. Unser letzter Beitrag in diesem Video vereint nun Themen der Corona-Politik und der Verwendung von Finanzmitteln im Bundeshaushalt oder von Politikern am Allgemeinen. Ja, auf dem deutschen Marineschulschiff Gortschwag sind nun mehrere Besatzungsmitglieder auf Corona getestet worden. Die Gortschwag liegt zurzeit in Teneriffa und es mussten 14 Marineoffiziersanwärter, die also, ich wiederhole, positiv getestet waren, nach Hause gebracht werden. Und die Bundeswehr hat dazu extra ihren Airbus, ihren Rote-Kreuz-Airbus, der für solche schweren medizinischen Fälle ausgestattet ist, hilft wahrscheinlich von irgendwo in Deutschland nach Teneriffa geschickt, um 14 Soldaten auszufliegen, die, man höre und staune, alle keine schweren Symptome hatte. Also mit anderen Worten, keiner war ernsthaft krank, vielleicht hatten einige, der eine oder andere, vielleicht überhaupt gar keine Symptome. Nur aufgrund eines Tests hat man den Bundeswehr Airbus da hingeschickt und die 14 Leute nach Hause geholt. Das nenne ich eine gelungene Aktion. Gab es auf dem Schiff nicht eventuell ein oder mehrere Kabinen, wo man die 14 Leute da unterbringen kann, für eine gewisse Quarantänezeit. Aber nun gut, ja, nun sind sie zu Hause, wir gönnen es ihnen. Leute, wir wünschen euch einen schönen Sonntag und wie immer, bleibt gelassen, lasst euch keine Angst machen, Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Ihr wisst es, macht euch einen schönen Abend, lasst das Wochenende schön gemütlich ausklingen. Die neue Woche steht bevor, ist wahrscheinlich wieder mit der einen oder anderen unangenehmen Nachricht aus der Tagespolitik, vom Krankheitsgeschehen und von anderen Übeln. Leute, in diesem Sinne, bleibt gelassen, wir sehen und hören uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Tschüss und ciao.